Ab, 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 Ab Atlantis, zieh jetzt ab, wir bleiben hier Ne, ich hab weiterhin einen Verletzten vorne liegen Zulu, jetzt hab ich noch um für den Eiern zu schaust, denn ein drauf auf Nein, einen weiter vorne, Big Bug Wir fahren in 30 Sekunden ab Einen, okay, hol ich Den hol dir raus, zieh hier ab Einen, rein in den Lauen, äh Truck Achtung Kreuze Ah, steig am besten auch schon aus Ja, wir haben hier noch einen Wo ist die Position? Einladen Äh, vorne am Bahnhof, rechtzeitig Stopp, stopp Okay, go Unten bleiben Ich würde nicht rüberschießen, genau so Geht zur Hölle Ich krieg mir nach vorne Bist du die Hausecke perfekt, Chris, da stehst du super Ähm Ein bisschen Gerade Warte Alpha, hier ist kein Verletzter Ich hab die Decke hier auf dieses Dach Mich hast du dagegen Ja, gut Rechts an der Häuser ist einer reingegangen Kannst du da eine Granate reinpacken? Dieses rote Backsteinhaus Dieses rote Backsteinhaus Ähm, genau auf 280 Ja, genau Ivan, wo bist du? Hast du ein Medic? Ich hab hier vorne, ich bin zwar noch im Leben und ich hab da auch keine Verletzung, nur es wurde angeblich hier vorne noch ein Big Bug vermisst, aber hier ist keiner Status, Ivan? Ja, ich bin grün Ich befind mich an einem Fahrzeug Zulu für Lion, kommen Ich bin die ganze Zeit da Ich bin die ganze Zeit da So, alle verbliebenen Einheiten jetzt hier zurück, äh, zum blauen Truck Ja, ich hab Big Bug, ich komm zurück Ich komm überm, ich... Ich komm überm Bahnhof über die Gleise, sichert das mal Bleib bei mir Big Bug Beeil dich Mikrofon Muted Monty Jetzt gibst du dir auch eine Überdosis Mikrofon Activated Big Bug bleibt bei mir Schaffen das 20 Sekunden, dann fahren wir 20 Sekunden, dann fahren wir 10 Sekunden, dann fahren wir 0 2 0 0 0 0 00 0 0 0 0 Scheiße, ich hab Zanz erwischt. Wir haben ja noch einen, rechte Seite. Ewen, Vorrücken bis zum Leuchtturm. Bleib hier, Big Book. Bleib bei mir, Hans, bleib bei mir. Coding, ich hol den Rest ab, steig in den Heli, ich hol den Rest. Big Book, ich hol dich gleich, bleib hier. Hans, wir schaffen das, ich hol dich raus, ich hol euch hier raus. Ewen, rechts, rechts, rechts. An dem kleinen Betonstromgeneratorhäuschen. Ewen, rechts, rechts, rechts. Big Book. Komm schon, wir schaffen das. Puh. Puh. Da hab ich auch in Orden verdient. Danke fürs Zurückkommen. Atlantis, wer ist das Ding, du da? Ich hab Big Book, du hast Ans auf dem Rücken. Ja, mir fehlt noch einer, Chris geht noch, der liegt noch hier. Ja, fahr doch weg, fahr doch weg. Puh. Ja, die pflanzen wir jetzt auch in das Auto und dann suchen wir den einen noch und dann sind wir weg hier. Ewen, wo hast du denn Kontakt zu ihm gehabt? Boah, scheiße, beide Magazinen leer. Punkt Coding und so an, die sollen ein Baby besorgen, die kommen jetzt abholen, so eine schnelle. Ja, Sulu hier, Alpha, haben drei Verletzte geborgen, kommen jetzt zurück zur Abholzone, bitte Medi wegbereithalten. Okay, ich bin drin, kannst du. Vorne bei dir sitzt noch einer, ne? Ja, und dann haben wir sitzen da, ja. Okay, alles klar. Dann haben wir alle. Alter, ich hab euch mal abholen lassen und mich mal zurückgekommen. Ja, ich mein, Hans war bis vor kurzem noch bei mir und dann kam ein so ein verfickter Soldat um die Ecke, ey. Ja, scheiße, ey. Was ist das denn jetzt hier für ein Krieg, ey? Jetzt, können wir hier Antworten geben? Ne. Man, die müssen mit dem Boot geschickt werden. Ja. Hier, Restteile der NATO-Fraktion auf Long Range 50, hört mich irgendjemand, kommen. Ja, da fahr ich hier irgendwie rechtsquerfeld ein. Das müssen auf jeden Fall alle rauskriegen, online behind. Ich lass keinen zurück. Doch nicht. Deswegen bin ich zurückgekommen, weil ich auch keinen Zugriff war. Hier unten waren die irgendwo, oder? Ja, da. Direkt vor uns. Wie passen wir auf so ein Boot? Äh, sechs, glaub ich. Dann passen wir da alles drauf auf eins. Zack. Huch, den wollte ich haben. Ich hab einfach irgendeinen geschnappt. Kommt schon. Wir schaffen euch zurück auf dieses scheiß Boot, ey. Das war in der Mitte am besten. Wir machen ihn. Willst du ihn? Willst du ihn? Ja, ich mach. Oh. Lol. Noch nicht mal das lassen sie einem. Scheiße. Ja, meine lieben Freunde mit dem Bild werde ich das Ganze dann hier an dieser Stelle auch einmal beenden und ja, ich hoffe, euch hat Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal Ciao